Einen cremigen Tag wünschen wir dir. In der Vergangenheit haben Networker auf Xing und LinkedIn fremde Menschen damit angeschrieben. Ob sie damit erfolgreich waren? Wir sind skeptisch. Cremig wird allerdings auch dieses Video. Und wenn du jetzt wissen willst, warum, dann würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall dranbleiben. Auf unserem Kanal findest du spannende neue Projekte, du findest News zur aktuellen Marktlage und die faktenbasierte Analyse von Scams. Wenn dich die Themen interessieren, lass auf jeden Fall schon mal ein Abo da und jetzt starten wir rein. So, das besonders cremige Intro haben wir schon mal hinter uns und jetzt können wir Gas geben. Im heutigen Projekt geht es ja eigentlich um alles. Aha! Denn dieses Projekt, wenn du hier investiert bist, du brauchst keine weiteren mehr. Du kannst alle anderen Projekte abhaken, denn die.fi oder DeFi, das ist einfach der Alleskönner. Alleskönner. Kurios an der Stelle, dass diese Domain in der Tat noch nicht vergeben war. Um jetzt erstmal einen groben Überblick zu bekommen, was das Projekt überhaupt macht, haben wir natürlich erstmal einen Blick auf die Website geworfen. Und da sind wir ehrlich gesagt alles andere als schlau geworden. Da es sind vor allem eine Menge Informationen zu angeblichen Investoren, Venture Capitals, Partnern, Exchanges und so weiter, ist ja alles sehr beeindruckend, aber stellt irgendwie die Frage in den Raum, weshalb denn diese ganzen namenhaften Personen und Institutionen da genau an Bord sind. Irgendwie hat man es geschafft, Huobi Ventures, OKX, DeFinance Capital und noch zahlreiche andere VCs an Bord zu bekommen. Angel Investoren schließen zum Beispiel Taylor Wu, Kane Warwick und Justin Lee ein. Darüber hinaus hat man es auch noch geschafft, acht der größten Exchanges für sich zu gewinnen. Unter anderem Binance, Huobi, Kraken und Coinbase. Das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Auch Karl The Moon ist als KOL mit am Start und CZ hat einen Tweet von DeFi höchstpersönlich geretweetet. Außerdem wurden auch noch drei namhafte Universitäten für sich gewonnen. Also an der Stelle stellen wir uns echt die Fragen, was spannende Projekte wie zum Beispiel Globians falsch gemacht haben. Dass die noch nicht so weit sind. Globians, du erinnerst dich, das komplette Ökosystem mit Payment-Anbindung, mit Lizenzen in den verschiedenen Ländern, mit Launchpad, allem drum und dran. Solltest du unbedingt mal auschecken, klick dich mal hier rein. Auch das Interview mit dem Founder, sehr cool, was der erzählt, was vor allem Lizenzen betrifft. Wir sagen nur Binance und so an der Stelle, klick dich mal hier rein. Man findet auch im Internet sehr spannende Artikel über DeFi. Mindestens zehn namhafte Media-Outlets haben Artikel veröffentlicht. Welche davon jetzt gekauft sind, das können wir an der Stelle leider nicht beurteilen. Wenn man sich jetzt mal auf der Website durch diese ganzen Informationsfluten durchgearbeitet hat, ist man dann wirklich an den Punkt angekommen, wo man auch mal nachlesen kann, was DeFi denn jetzt eigentlich so an Produkten anbietet. Nummer eins ist das wohl umfangreichste Social Profile, das du im Web3 finden kannst. Jeder von uns kennt garantiert OpenSea und die Profile, die du mit, naja, nennen wir es mal Informationen, füttern kannst. Da es bei DeFi um den Informationsaustausch geht, ist das Ganze deutlich umfangreicher aufgebaut. Jetzt kann man hier sich nur die Frage stellen, wer sich gerade im Web3 so transparent auch zeigen möchte. Aber das ist wiederum eine andere Frage. Nummer zwei ist ein umfangreiches Dashboard. Das bedeutet, du verbindest dein Wallet und kannst daraufhin alle deine Transaktionen, gestakete Tokens und auch NFTs in einem übersichtlichen Dashboard sehen. Punkt Nummer drei ist unser persönlicher Favorit. Ein umfangreicher Aggregator, mit dessen Hilfe du über 20 verschiedene Chains durchsuchen kannst, nach den besten Yield- und Staking-Möglichkeiten. Übrigens auch nicht EVM-kompatible Chains kannst du checken. Nummer vier, quasi ein automatischer Smart Contract Scanner. Inwieweit sich jetzt dieser Scanner wiederum von allen bisher schon existierenden unterscheidet, ist uns ehrlich gesagt nicht so ganz klar. Es soll hier wohl die Möglichkeit bestehen, die Smart Contracts checken zu lassen und dafür dann ein ausführliches PDF-Audit automatisch generiert zu bekommen. Ist ein nettes Add-on, allerdings für uns jetzt kein USP. Punkt Nummer fünf, es handelt sich hier um ein Shield, das bekannte Unsicherheiten in Smart Contracts erkennt. Warum das jetzt ein spezieller Punkt ist, wissen wir persönlich nicht. Unserer Meinung nach hätte man es auch einfach in Punkt vier packen können. Es sind noch weitere Dinge geplant, zum Beispiel eine DeFi-Credit-Card. Gefällt uns sehr gut, freuen wir uns auch schon mega drauf. Allerdings gibt es da außen gefühlt noch 20 weitere Projekte, die auch eine Karte angekündigt haben. Bisher da ist aber noch nichts. Daher sind wir an dem Punkt erstmal gespannt. Ansonsten ist noch eine Art Web3 Social Network geplant. Es soll dann auch noch ein ChatGPD für Crypto-Investments folgen. Hier gibt es ja auch schon das ein oder andere Tool, aber AI ist natürlich aktuell voll im Trend. Und das Wichtigste, das darf natürlich auch nicht fehlen, eine eigene Blockchain. Wie sich jetzt wiederum diese Blockchain von all den anderen Blockchains unterscheiden soll, das wird natürlich wie immer die Zukunft zeigen. Allerdings ist es in diesem Fall eine Layer 2. Alles in allem ein spannendes Projekt. Allerdings offengesprochen stellen wir uns die Frage, was die ganzen VCs und Exchanges in diesem Projekt sehen, was uns irgendwie so ein bisschen verborgen bleibt. Wir würden uns wünschen, dass Projekte mit einem realen Use Case einfach genau diese Aufmerksamkeit erleben würden. Ein klares Beispiel oder Favorit unsererseits zum Beispiel Evercraft. Ein Unternehmen, das tokenisiert wird und in nachhaltige Technologien investiert. Das ist mal wirklich ein Wachstumsmarkt. Wenn dich interessiert, was da gerade Stand der Dinge ist, in Wien waren wir beim Live-Event mit dabei. Klick dich mal hier rein zum Interview und auch das AMA, was wir kürzlich geführt haben. Ziemlich spannend, klicke mal hier. Wir würden euch gerne die Roadmap zeigen, allerdings ist die so umfangreich, dass das hier absolut den Rahmen sprengen würde. Im Grunde sprechen wir hier über ein Tool, was es Usern ermöglichen soll, schneller, einfacherer, einfacherer und sicherer durch den kompletten DeFi Space zu navigieren. Also an sich der Grundgedanke ist cool. An der Stelle interessiert uns aber mal, was sagst du zu dem Projekt? Also schreib da gerne mal in die Kommentare, was ist deine Meinung? Kannst du dir vorstellen, dass das Ganze so einen immensen Anklang findet? Und bist du genauso gehypt wie die ganzen VCs und Exchanges, die am Start sind? Oder sagst du, warte mal ab. Übrigens, wenn die Kommunikation da auch ein bisschen weitergehen soll, dann komm auch gerne in unsere Telegram-Gruppe. Da ist die Kommunikation ja doch einfacher. Link ist in der Description. Und als allerletztes, falls du dich vor Scams schützen möchtest, wir haben eine kostenfreie 8-Punkte-Checkliste ausgearbeitet. Schau mal in die Description, da ist der Link dazu. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao.